Herzlich willkommen zu dieser Einleitung in das Denken in Werk und Figur Antonio Rosminis. Antonio Rosmini, einer der bedeutendsten Denker Italiens des 19. Jahrhunderts, ist in Deutschland bis heute noch weitgehend unbekannt. Dabei gab es bereits im 19. Jahrhundert, als die ersten rosminischen Werke auf Italienisch erschienen, Rezensionen in Deutschland, wie zum Beispiel 1839 in den historisch-politischen Blättern für das katholische Deutschland, in dem der Rezensent bemerkte, so wünschte ich sehr, dass die Werke Rosminis, dieses christlichen Denkers, dessen philosophische Werke wohl den Höhepunkt der heutigen italienischen Literatur in diesem Gebiet bilden, in unserem für geistige Anregungen zu empfänglichen Deutschland bekannter werden möchten. Dieses Desiderat 1839 eben ausgesprochen, kann heute immer noch in seiner Vollgültigkeit wiederholt werden. Immer noch bleibt zu hoffen, dass Rosmini auch in Deutschland stärker rezipiert werden möge. Die Gründe, warum dies bisher nicht geschehen ist, sind, weiß Gott, vielfältiger Art. Sie sind philosophisch-theologischer, historischer Art. Sie sind geschuldet auch aus bestimmten geistesgeschichtlichen Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert. Sie sind auch letztlich geschuldet dem Sprachstil und dem doch nicht unkomplizierten Denken Antonio Rosminis, das nicht immer die Linearität von Autoren besitzt, die wir hierzulande gewöhnt sind. Warum es dennoch trotz dieser Schwierigkeiten lohnenswert ist, sich mit Rosmini auseinanderzusetzen, vielleicht sprachliche, vielleicht geistesgeschichtliche, vielleicht historische Barrieren zu überwinden, um Deutschland auch in diesem, wie es heißt, für geistige Anregungen zur empfänglichen Deutschland bekannter zu machen. Deswegen möchten wir hier in den folgenden Lektionen in das Denken Rosminis einführen, bestimmte philosophische, theologische Grundproblematiken erörtern und auch seine geistesgeschichtliche Bedeutung herausstellen. Denn es ist nicht untertrieben zu sagen, dass Rosmini das Zweite Vatikanische Konzil um 150 Jahre, 120 Jahre vorweggenommen hat, dass Rosmini bestimmte Entwicklungen im philosophischen Denken des 20. Jahrhunderts vorweggenommen hat. Man denke nur an bestimmte Strömungen, die sich auf die Grundlage einer Idee von Intuitionismus oder Intentionalismus beziehen. Man denke zum Beispiel an die Wiederentdeckung der Kategorien von Objektivität, des Verhältnisses von Objektivität und Subjektivität. Man denke an verschiedene Dimensionen des Herausstellens, natürlich des Personalismus. Man denke an Denker, die positiv die Entwicklung der Menschenrechte, die Formulierung der Menschenrechte, der Konstitutionen im 20. Jahrhundert beeinflusst haben. Man denke an verschiedene Auswirkungen von Liberalkatholizismus und Demokratie im katholischen Denken. All dies sind Strömungen, viele andere mehr noch, die Rosmini bestimmt antizipiert hat. Aufgrund dessen, dass er lange Zeit gerade im katholischen Denken verboten war, ist nicht immer klar, auf welchen Wegen genau Rosmini Einfluss genommen hat. Viele haben Rosmini vor allem im italienischsprachigen Bereich gelesen und rezipiert, ohne dies natürlich auch explizit deutlich zu machen. Im deutschen Bereich sind diese Einwirkungen leider bestimmt schwächer. Aber gerade was die Aktualität seiner Ideen für das 20. und 21. Jahrhundert angeht, ist es auf jeden Fall lohnend, sich ein wenig mit diesem Denker zu beschäftigen. Rosmini, so möchte ich zunächst einmal etwas biografisch in diesen Denkern einführen, wurde am 24. März 1797 in Rovereto geboren, mit dem Vornamen Antonio Francesco Davide Ambroggio. Er ist Sohn einer Adelsfamilie der Rosmini Serbati, die seit 350 Jahren mindestens in Rovereto ansässig ist und über ökonomische Handelsbeziehungen, vor allem auch was das Seitengeschäft angeht, es zu einem bestattlichen Reichtum gebracht hat. In der Tat, sein Elternhaus ist auch eine heute noch stattliche Villa im Zentrum dieser reizenden oberitalienischen Stadt in der Nähe von Trient, die damals unter österreich-habsburgerischer Regentschaft stand. Die Stadt zählte damals 9000 Einwohner und war ein durchaus kulturell, intellektuell und ökonomisch lebhaftes Zentrum. Auch heute noch verfügt sie über die bedeutende Akademia degli Adjati, eine Akademie kulturell-intellektuelle Ausrichtung, in die Rosmini bereits 1815, also mit 18 Jahren, aufgenommen wurde. Dem gingen bereits Versuche voraus, Rosmini selbst eigene intellektuell-akademische Aktivitäten zu pflegen. So bereits im Jahr 1812, als er die Akademie Manetiana gründete. Weitere Aktivitäten, in denen er stets versuchte, nicht nur Altersgenossen, sondern auch durchaus ältere Mitbürger in intellektuell-kulturelle Gruppierungen einzufügen, sind zuhauf überliefert, bereits aus jungen Jahren Rosminis. Das ist keine hagiografische Verzeichnung. In der Tat gibt es auch Biografien, die sehr hagiografische Aspekte Rosminis herausstellen, der mittlerweile seit 2007 selig gesprochen ist. Dies sind Tatsachen, die eine besondere intellektuelle Begabung dieser Persönlichkeit bereits in frühen Jahren herausstellen. Diese Akademie Manetiana bestand aus jungen Genossen Rosminis, die sich regelmäßig trafen und sich gegenseitig eigenliterarische und intellektuelle Versuche vorlassen und zum Besten gaben. Daraus ergibt sich auch bereits das Frühwerk in Anführungszeichen, ein früher literarischer Versuch Rosminis, der 158 Seiten Il Giorno di Solitudine schreibt und darin ein Selbstgespräch der Seele mit in den Figuren der Abititia, der Freundschaft, der Philosophie, der Philosophie und der Religione, der Religion schreibt. Eine klimatische Höheentwicklung, welche in der Religion letztlich Ziel menschlichen Zusammenlebens, menschlicher Freundschaft, menschlicher intellektueller Tätigkeiten sieht. 1816 nach seinem Schulbesuch geht er dann schließlich nach Padua, wo er die theologische Fakultät besucht, an der er bis 1819 studiert, er war wohnhaft unweit der heutigen großen Basilika des heiligen Antonius von Padua, des Il Santo von Padua entfernt wohnhaft und fasste bereits in diesen Jahren einen ersten großen Plan. Er wollte eine christliche Enzyklopädie verfassen. Was heißt eine christliche Enzyklopädie? Er kam in diesen Jahren natürlich verstärkt auch mit einer aufklärerischen Kultur seiner Zeit in Berührung, die vor allem in diesen Jahren, in den Jahrzehnten vorher in Oberitalien sich weit verbreitete und große Erfolge feierte, nicht zuletzt auch aufgrund ihrer publizistischen Tätigkeit. Rosmini war sich stets bewusst, dass man kulturelle Herausforderungen immer nur auf Augenhöhe begegnen kann. So wollte er der Aufklärer der Enzyklopädie d'Alembertz und Diderot eine spezifisch christliche Enzyklopädie entgegenstellen. Eine Enzyklopädie, die allerdings methodisch nicht der Enzyklopädie der Aufklärer hintansteht, die aber nicht ideologisch so vorgeprägt sein sollte wie diejenige der Aufklärer, sondern eben auch auf christlichem Hintergrund durchaus einige Artikel in objektiverer Weise behandeln sollte. Zum Beispiel verfasste Rosmini als ersten Artikel den Artikel zur Metaphysik und Freunde wie Sebastiania Apollonia und andere, die an diesem Projekt mitwirken sollten, bemerkten später, dass eigentlich Rosmini der Erste und Einzige war, der sich an die Arbeit machte und eben zunächst den Artikel besagterweise Metaphysik schrieb. Einer der Artikel den Rosmini sicherlich in der Enzyklopädie, die Diderot und Dallon Burns für defizient erhielt. Dieses Projekt einer christlichen Metaphysik beruht natürlich auf einer zu diesem Zeitpunkt schon außergewöhnlichen Bildung Rosminis. Sein Vater, Francesco Amproggio in Rovareto, verfügte über eine groß angelegte Bibliothek, in der alle, vor allem griechischen und lateinischen Klassiker, standen. Und Rosmini bereits zu Schulzeiten hatte die wesentlichen Autoren dieser griechischen und lateinischen Klassik gelesen. Auch dies ist keine heiligmäßige Verzeichnung Rosminis, sondern ist uns aus verschiedenen Quellen seiner Zeit belegt. Rosmini studierte dann in Padua Theologie und gerade auch die Kreativität, mit der er sein Projekt der christlichen Philosophie verfasste, erzeugt bereits von einer spezifischen Methodik, die er sich in diesen Jahren anarbeitete. Diese Methodik brachte dann ihre ersten Früchte, als Rosmini 1819 nach Rovareto zurückkehrte und zunächst auch einmal vor allem die Priester seiner Heimatstadt versammelte, um ihnen die Summa Theologiae des heiligen Thomas zu erklären. Zu dieser Zeit noch war vom Neotomismus weitestgehend keine Spur. Zu dieser Zeit eben war es kein besonders konstitutiver Bestandteil der Theologenausbildung, die Summa Theologiae bis ins Gründlichste zu studieren. Rosmini eignete sich diese, wie auch die vorhin genannten Klassikern, weitestgehend im Selbststudium an und erwarb dadurch natürlich auch eine profunde Kenntnis der Klassiker durch Selbststudium und Erklären der Summa Theologiae. Diese profunde Kenntnis darf man nicht vergessen, wenn es später darum geht, die Auseinandersetzung Rosminis mit neuzeitlichen Philosophen zu betrachten. Rosmini ist ein genuin neuzeitlicher Denker, allerdings ein genuin neuzeitlicher Denker, der sich auf einer breiten Kenntnis der klassischen Autoren beruht. Und nicht nur sehen wir Rosmini in diesen Jahren, wir sprechen 1819 und folgende, zwischen roberitanischen Priestern die Summa Theologiae erklärend, sondern Rosmini gründete auch, und auch dies ist eine Reaktion auf die Herausforderung illuministischer Strömungen, eine Società degli Amici, eine Gesellschaft der Freunde. Und wiederkehrt das Freundschaftsmotiv, das wir bereits im Giorno della Solitudine kennengelernt haben, wieder. Allerdings ist diese Società degli Amici keine originäre Erfindung Rosminis, denn wir haben in diesem Jahr oder in dieser Zeit eine ganze Reihe von Gründungen von Amicizie Katholica, vor allem im Norditalien, die sich zum Ziel setzten, den Katholizismus wieder neu zu stärken. Wir befinden uns ja in der Zeit nicht nur nach der französischen Revolution, sondern auch nach der Restauration, in einer Zeit, in der vieles in Frage gestellt wurde, in der auch gerade der Rückbezug auf vorrevolutionäre Ideen, gerade was den religiösen und politischen Bereich angeht, wieder neu in Mode gekommen war. Und diese Amicizie, vor allem durch Nikolaus Josef Albert von Diesbach befördert und zunächst konzipiert, ging es nun darum, Katholizismus, Katholizität, gelebte Religiosität wieder neu in der Gesellschaft zu verankern, dies aber nicht nur als gesellschaftliche Ausrichtung, sozusagen als persönliche Heiligung der Mitglieder in den Vordergrund zu stellen, sondern auch um massenwirksam auf die Gesellschaft einzuwirken. Damit waren, wie gesagt, auch politische Ideen verbunden. Politische Ideen, die sich natürlich schnell mit dem traditionistischen Denken, etwa eines De Mestre, eines De Bonalt, eines des frühen Laminet verbanden. Diese Massenaktion reagiert natürlich auch auf eine neue Situation, ist nicht nur aus Traditionalismus heraus zu erklären, sondern realisiert auch eine neue Situation, insofern es im 19. Jahrhundert natürlich immer deutlicher darauf ankam, konkret auf die Massen einzuwirken, in ihnen die Liebe zur katholischen Religion zu erwecken und sie danach streben zu lassen, schrieb Rosmini, diese in der Gesellschaft selbst zu fördern. Auch wenn sich Rosmini, wie auch die Amicizie, sehr für De Mestre, für De Bonalt interessierte, auch wenn Rosmini durchaus in dieser Zeit stark ultramontanen Ideen, was die politische Konzeption anhing, so verfolgten doch seine Societade Liamici nicht eine so direkt auf die Masse und auf politische Ideen ausgerichtete Aktion, sondern wollte diese Effekte vor allem durch intellektuell redliche und gründliche Arbeit untermauern. So ging es Rosmini zunächst einmal darum, dass die einzelnen Mitglieder dieser Societade, die auch in diesen Jahren in Nordital einige Gründungen wie in Padua, wie in Udin, verzeichnen konnten, dass sich zunächst einmal die Mitglieder selbst intellektuell weiterbildeten, dass sich die Mitglieder dieser rosminischen Societade Liamici zunächst einmal auf grundlegende intellektuelle katholische Motive verständigten, bevor dann diese möglicherweise auch in politische Konzeptionen übergehen sollten. Rosmini sah, und dies ist ein Anliegen von ihm, das natürlich gegen auch die Publizistik der aufklärerischen Strömung gerichtet war. Es sah vor, dass jeder dieser Societade auch eine Möglichkeit, Druckerzeugnisse zu erstellen, verfügte, ist wie gesagt aber jetzt nicht so stark politisch ausgerichtet, wie es die anderen Amitschids hier waren. Wir sehen bereits in diesen Jahren Rosmini stark im Selbststudium verankert. So berichtet er zum Beispiel aus Padua, dass es natürlich eine schöne Erfahrung für ihn war, vor allem auch mit seinem Cousin zusammen zu wohnen und ein studentisches Leben, was man so unter der damaligen Zeit darunter verstehen konnte, führen zu können, vor allem was Selbstorganisation, die Erfahrung von Selbstorganisation angeht. Dennoch sieht man ihn aber auch stark im Studium vertieft und dieses Studium, wie gesagt, niemals als Selbstzweck ausführend, sondern mit der Idee, eben positiv etwas für die Wiederherstellung von Kultur, von Werten, von Wissenschaft, von Theologie und von Kirche, von christlicher Gesellschaft zu tun. Viele Zeugnisse sind uns aus dieser Zeit überliefert, und auch Zeugnisse, die nicht nur, wie gesagt, auf politisch-publizistischem Gebiet wirksam wurden, sondern auch auf erzieherischem. So finden wir bereits in den Jahren 1820, 1820, 22, 1823 die ersten Werke Rosminis, die sich konkret mit dem Problem von Pädagogik und von Erziehung widmeten. 1820 brachte er eine Übersetzung heraus des augustinischen Werkes Decatur di Sandis Rudibus. 1823 gab er ein Werk heraus über die christliche Erziehung, 1826, 27 über die Einheit der Erziehung. Hier stellt sich Rosmini natürlich verstärkt in die Erziehungsproblematik der damaligen Zeit hinein und fragt sich auch, was denn eben Erziehung unter den Bedingungen der damaligen Zeit und vor allem konkret auch christliche Erziehung heißen kann. Weiterhin stirbt 1821 sein Vater, was für ihn auch ein einschneidendes Ereignis war, dass er dann in der Folgezeit, was in der Folgezeit in die Formulierung eines weiteren Prinzips mündete, was er dann das Prinzip der Passivität nannte. Das Prinzip der Passivität ist ein Prinzip, mit dem Rosmini zunächst einmal die Realität der göttlichen Vorhersehung thematisiert. Und zwar, dass der Mensch in allen seinen Aktivitäten, wir sehen Rosmini wie gesagt aktiv, auch gegen die kulturellen Auswirkungen des Illuminismus und so weiter ankämpfend, dass dennoch die Grundhaltung dieser Aktivität immer eine spirituelle Passivität sein müsste. Nicht eine Passivität des Alltagslebens, nicht eine Passivität des Studiums, nicht eine Passivität, was das konkrete Engagement angeht, aber eine spirituelle Passivität. Eine spirituelle Passivität, die davor bewahren soll vor blindem Aktionismus, die natürlich vor Unvernünftigkeit und Unvernunft in den praktischen Aktionen bewahren soll, die davon ausgeht, dass sich menschliche Rationalität und menschliche Vorhersehung nie alleine organisiert, sondern dass diese immer in einem übernatürlichen Zusammenhang steht. Und dieser übernatürliche Zusammenhang ist die göttliche Vorhersehung. Wie gesagt, nicht zufällig formuliert Rosmini dies zum ersten Mal 1821 nach dem Schicksalsschlag des Todes des Vaters. Im selben Jahre wird Rosmini auch zum Priester geweiht, ein Jahr noch bevor er seine Studie dann schließlich abschließen sollte. Wir fanden Rosmini in Padova ja nur von 1816 bis 1819. Dann unterbrach er, weil er eben auch in seinem Epistolar formulierte, dass die spirituelle Ausbildung der intellektuellen Ausbildung vorausgehen sollte. Er schrieb einmal fast wörtlich, für die intellektuelle Ausbildung und für die intellektuelle Tätigkeit ist immer noch Zeit. Für einen, der in nur 58 Lebensjahren ein Oeuvre hinterlassen hat, das über 80 Bände in der heutigen kritischen Ausgabe umfasst, das 13 Bände Epistolar umfasst, das zudem noch viel Material kennt, das im Archiv, im heutigen Rosmini-Institut in Stresa am Lago Maggiore immer noch ungehoben und unerforscht ist, ist dies eine Aussage, die nicht leichtfertig, sondern geradezu ernst zu nehmen ist. Wir sehen also Rosmini in diesen ersten Jahren, in diesen Nachstudienjahren seine Aktivität, aktiv, wie gesagt, in der christlichen Wiederherstellung der Gesellschaft im spirituellen Bereich und damit stimmt auch dann überein, dass er natürlich an den politischen Ereignissen seiner Zeit sehr interessiert war. Um sich im Stile der Amigizie Katholiker auch andere Aktivitäten, im Stile der Enzyklopädie Christianer, der christlichen Enzyklopädie, mit der Gesellschaft seiner Zeit auseinanderzusetzen, ist es natürlich wichtig, die Epochalumbrüche präsent zu haben, zu studieren, zu verfolgen, die die europäische Gesellschaft, vor allem auch jetzt, was Rosmini angeht, konkret in Norditalien, im heutigen Norditalien, was damals zum Teil ja noch Habsburgerreich war zumindest, was das Veneto angeht, auch die Lombardei unter habsbürgerischer Kontrolle, was, wie gesagt, diese Umbrüche angeht. Und diese Umbrüche sind natürlich Folge der französischen Revolution 1791. Rosmini reflektiert stark über diese Ereignisse, wie gesagt, in diesen Jahren noch stark unter dem Einfluss des Traditionalismus, aber auch um die revolutionären Umbrüche in Spanien, Italien, Griechenland 1820, 1821, über die Folgen, über die Perspektiven der Restauration, und so finden wir vor allem in den Jahren 1822 bis 1827 erste Versuche politischer Schriften. Diese sind in der sogenannten Roveretaner- und Mailänder-Politik zusammengefasst. Roveretaner-Politik, weil Rosmini in 1822 bis 2526 diese in Rovereto erstellt, Mailänder-Politik oder zweite Politik, weil er in 1826, 27 in Mailand weilt, wo er Alessandro Manzoni kennenlernt. Den maßgeblichen Poeten und Schriftsteller dieser Zeit, einer der bedeutendsten intellektuellen Italiens des 19. Jahrhunderts. Und zwischen Rosmini und Manzoni sollte sich eine Freundschaft entwickeln, die sich bis zum Tod Rosminis ziehen sollte. Manzoni war derjenige, der am Todesbett Rosminis in Stresa am 1. Juli 1855 das geistige Vermächtnis Rosminis entgegennehmen sollte. Eine enge Freundschaft, wie gesagt, zwischen einem der maßgeblichsten Denker, Philosophen und Theologen und einem der maßgeblichsten intellektuellen Dichter und Dichter und Romancier eben Italiens des 19. Jahrhunderts. Dieser Einfluss, dieses Treffen Rosminis, Rosmini wurde in die Mailänder intellektuellen Zirkel vor allem durch Bekannte eingefügt, auch der Adelsstatus Rosminis hat dazu sicherlich nicht negativ beigetragen, führte dazu, dass Rosmini allmählich, aber bestimmt seine zunächst unter montanen Ideen verlassen sollte und so finden wir schon in der Mailänder Politik 1826, 1827 Öffnungen zu einem eher liberalen politischen Denken. Doch bevor wir diesen Umbruch in Rosmini näher betrachten, geht es nun darum, ein wenig näher zu schauen, was denn so zwischen den Jahren 1823, 1925, 1926 sich in den Reflexionen im Leben Rosminis tut. Außer den bereits genannten Aktivitäten ist wohl nicht von uns unterschätzender Bedeutung, dass Rosmini 1823 zum ersten Mal nach Rom fährt. Wir sind wie gesagt schon nach seiner Priesterweihe, er begleitet den venezianischen Patriarchen Pürker und dort nicht nur die zukünftigen Päpste Pius VII., Gregor XVI., also die Kardinäle, Consalvi und Cappellari kennenlernt, sondern auch von Letzterem eben bei Pius VII. vorgestellt wird. Pius VII., der gegen Napoleon bekanntlicherweise so vorbildlich und so selbstbewusst Widerstand leistete und das zum Sinnbild für den Kampf der Freiheit der Kirche werden sollte. Es ist dann auch kein Zufall, wenn Pius VII. nur wenige Monate später stirbt, dass Rosmini dann in Panegyrico alla santa gloriosa memoria di Pius VII. schrieb, der Panegyricus auf das heilige und glorreiche Gedächtnis Pius VII. Und dieser Panegyricus ist nicht nur ein Werk, das das sich stark für die Freiheit der Kirche einsetzt. Freiheit der Kirche noch nicht im Sinne eines Liberalismus, Freiheit noch im Sinne eines mit einem Ultramontanismus zu vereinbarenden Liberalismus, in Anführungszeichen. Eines katholischen Liberalismus, dem es eben darum ging, für die Freiheit der Kirche vom Staat, für die Freiheit der Kirche von einem Staat zu kämpfen, der natürlich immer deutlicher eine laizistische Politik verfolgt. Eine Politik, die immer deutlicher von Revolutionären, von anscheinend antikirchlichen Entscheidungen bestimmte Politik verfolgt. Dies verbannt sich allerdings in diesem Panegyricus auch mit einem Appell an die Freiheit Italiens. An einem ersten Appell an die Einheit der Nation Italiens. Wir haben es in dieser Zeit ähnlich wie in Deutschland nicht mit einer Nation zu tun. Italien ist eine verspäte Nation wie Deutschland. Nur zehn Jahre vor Deutschland kommt es zur italienischen Einheit. Und Rosmini im heute oberitalienischen, damals österreichisch- habsburgischen Rovereto tut sich eben hervor als ein Kämpfer für die Einheit Italiens. Und der nationale Einheit Italiens in diesem Panegyricus kommt zu einer inneren Einheit mit dem Kämpfen für die Freiheit der Kirche. Freiheit der Kirche heißt für Rosmini auch politische Freiheit. Aber wie wir vorhin schon gesehen haben in seinem Kampf für eine Erneuerung des Katholizismus, Rosmini beschränkt sich niemals nur auf die politische Idee, sondern ihm geht es vor allem auch immer um eine konzeptionelle Idee. Freiheit der Kirche heißt für Rosmini hier auch schon innere Reformen, Erneuerung der Kirche, Risorgimento also. Risorgimento nicht nur der italienischen Nation, Risorgimento als Begriff der italienischen Einheitsbewegung, sondern auch Risorgimento der Kirche. Dies deutet bereits darauf hin und dies ist etwas, was wir auch generell aus dem Studium dieser Personalität Rosminis für unser Geschichtsverständnis lernen können, dass es nicht so einfach ist, uns geläufige Begriffe wie Liberalkatholizismus, wie Ultramontanismus auf Italien zu übertragen. Denn dort verbindet sich alles auch mit der Idee einer Einheit der Nation und insofern auch viel originärer mit einer Idee von Freiheit. Von Freiheit Italiens aus der Knechtschaft der Besatzung ausländischer Mächte auf der Idee einer Konstitution einer Nation. Und diese Dimensionen, die natürlich die Ideen von Ultramontanismus, von Freiheit der Kirche in anderen Nationen nicht hat, bedeutet, dass italienischer Katholizismus gerade auch in diesen Dimensionen nicht ohne weiteres mit katholischen Strömungen, katholisch-liberalen, katholisch-ultramontanen Strömungen dieser Art in anderen Nationen Europas im 19. Jahrhundert vergleichbar ist, sondern eben ein Casus sui generis darstellt. In diesem Sinne sehen wir bereits jetzt, dass auch das, was wir später einmal als der Liberalismus Rosminis bezeichnen werden, bereits immer schon den Gebrauch von Konzepten, von Begriffen voraussetzt, die nicht univoke verstanden werden dürfen zu unserem Gebrauch, den wir hierzulande gewohnt sind, wenn man überhaupt auch in Deutschland von einem univoke Gebrauch dieser Begriffe sprechen kann. Im Gegenteil, gerade Rosmini kann als ein Denker gelesen werden, der solchen Ideen neue Summaturen und neue Bedeutungen verleiht, die wir vielleicht in unserem Kontext des Denkens ausgeklammert haben, nicht mehr berücksichtigen. Auch insofern kann Rosmini als genuin neuzeitlicher Denker, als genuin moderner Denker, der eher bestimmt in den Jahren bis 1826, die wir soeben erörtert haben, noch nicht in authentischer Weise ist. Aber wir haben es immer noch mit einem 29-jährigen jungen Denker zu tun. Insofern wird Rosmini uns da durchaus neue Ideen und Inspirationen geben können. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit in dieser ersten Lektion über Rosmini und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin die Biografie Rosminis, aber eine Biografie, die nicht nur eben auf biografischen Daten beruht, sondern auch durchaus schon mit Rosmini erste inhaltliche Reflexionen durchführt, behandelt werden. Insofern zunächst mal herzlichen Dank.